Hast du mit dem Handball was am Hut? Mit dem Handball nicht. Okay. Ist das für Fußball? Ne Handball. Dann bin ich raus. Wenn Handball einfach wäre, wäre es? Das ist kein Handball. Wenn Handball einfach wäre, wäre das Fußball. Beim Handball gibt es zwei Netze. Wie viele Netze gibt es bei Freenet? Drei, zwei, eins. Ist leider falsch. Wie viele Spieler dürfen bei einem Handballspiel auf dem Feld stehen? Sieben. Das ist richtig. Freenet wurde für euch entwickelt. Für wen wurde Handball ursprünglich entwickelt? Oh. Ja, das stimmt tatsächlich. Beim Handball gibt es zwei Netze. Wie viele Netze gibt es bei Freenet? Stimmt, sechs. Sechs? Antwort wäre C. Drei.